Dieser Clip zeigt Ihnen, wie Sie bei ARCHICAD 19 Hilfslinien modifizieren können. Sind Hilfslinien erst einmal platziert, können sie auch modifiziert werden. Dazu brauchen Sie Ihren Cursor nur über eine platzierte Hilfslinie zu halten. Ein orangefarbener Kontrollpunkt erscheint neben Ihrem Cursor, wie das auch schon in früheren Versionen der Fall war. Neu ist das Pfeilkreuz-Symbol, das anzeigt, dass die Hilfslinie mit ihm in beliebige Richtung gezogen werden kann. Sie brauchen nur auf den orangefarbenen Kontrollpunkt zu klicken, Ihren Cursor gedrückt zu halten und ihn zu ziehen, danach die Maustaste loszulassen, wenn Sie ihn platzieren möchten. Die Hilfslinie wird bewegt, behält aber Ihre Ausrichtung. Eine andere Möglichkeit ist, den Cursor über dem orangefarbenen Kontrollpunkt zu halten und die Taste Q auf der Tastatur gedrückt zu halten. In solchen Fällen können Sie die Hilfslinie ziehen, ohne Ihre Maustaste gedrückt halten zu müssen und Sie brauchen nur einmal zu klicken, um die neue Position der Hilfslinie festzulegen. Wenn Sie die Hilfslinie ziehen, verhält sie sich genauso wie beim Platzieren. Wenn man sie über ein Liniensegment zieht, wird sie angepasst, um sie dem Liniensegment anzugleichen. Wenn sie über einen Bogen oder einen Kreis gezogen wird, wird sie in einen Hilfskreis verwandelt. Wenn Sie mit Ihrem Cursor über einem platzierten Hilfskreis verharren, erscheint neben dem Cursor derselbe orangefarbene Kontrollpunkt mit dem Symbol Radiale Streckung. Er zeigt an, dass der Radius des Hilfskreises modifiziert werden kann. Klicken Sie auf den orangefarbenen Kontrollpunkt, halten Sie Ihren Cursor gedrückt und ziehen Sie ihn, lassen Sie dann die Maustaste los, wenn Sie ihn platzieren möchten. Der Radius des Hilfskreises wird aufgrund Ihres Inputs modifiziert. Sie können auch die schon früher erwähnte Q-Tastenmethode verwenden. Wenn Sie Hilfslinien und Hilfskreise auf diese Weise modifizieren, kann eine Hilfslinie so in einen Hilfskreis und umgekehrt verwandelt werden, dass Sie Ihren bzw. seinen Kontrollpunkt auf eine geneigte Elementkante ziehen.